Zum Thema, was wir heute bauen, sage ich nur so viel. Piu, piu, piu. Den Rest könnt ihr euch selber denken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Journey's World, hier heute wieder aus dem Klemmhausstand TV Studio. Diesmal geht es um ein Set, um das ich einfach nicht drum herum gekommen bin, weil wenn es um Star Wars geht, bin ich ja eh so ein Merchandise-Opfer. Und wenn es dann um dieses Fahrzeug noch geht, ist bei mir eh alles vorbei. Es geht nämlich um den neuen AT-AT von Lego, den 75288. 1267 Teile, sechs Minifiguren, Listenpreis war, bevor wir diese Mehrwertsteuergeschichte hatten, 149,99, jetzt kostet es 146, ein paar zerquetschte. Wenn ihr draußen ein bisschen sucht, bekommt ihr es auch für 125 Euro. Ich denke mal, Richtung Weihnachtsgeschäft wird es das auch noch ein bisschen günstiger geben. Wer ein bisschen warten kann. Ich konnte nicht warten, ich habe es direkt bei Lego bestellt, eben für besagten Preis. Ja, hier haben wir das gute Stück. Und es ist eine große Packung. Das ist auch der größte AT-AT, den wir bis jetzt von Lego bekommen haben. Also seit 2003 gibt es AT-ATs von Lego. Den letzten, den sie uns haben zugutekommen lassen, war 2014. Der hatte 1137 Teile. Das kann ich mir deswegen so gut merken, weil die Spezialisten bei Legos mal wieder verbockt haben, wirklich Nerds und Geeks zu sein. Dann wären es nämlich 1138 Teile gewesen. Also 1138 wäre so eine schöne Anspielung auf TRX 1138 gewesen. Aber da sieht man halt wieder, dass da viele Leute arbeiten, die von dem, was sie da tun, einfach keine Ahnung haben. Weil wenn da wirklich Star Wars Fans bei gewesen wären, wäre da auf alle Fälle ein Teil mehr verbaut worden. Ja, wir haben jetzt jedenfalls diesen hier spendiert bekommen. Ist besser als nichts. Ich hatte ja eigentlich drauf gehofft, dass irgendwann mal ein UCS-AT-AT kommt. Ich sage mal mit 5000, 6000 Teilen. Das wäre für mich ein absolutes Shut up and take my money. So in der Größe, wie ich den hier stehen habe. Das ist, glaube ich, von Mattel einer, den ich schon seit zig Jahren bei mir zu Hause rumstehen habe. Fast so groß wie ein Dalmatiner. Geiles Teil. Und den aus Lego, das wäre mal was. Es gibt einige Mox aus China, die man sich mittlerweile bestellen kann, die so in die Richtung gehen, auch von der Größe her. Nur sind die halt alle ein bisschen instabil. Und das muss man Lego zugute halten. Das kriegen die meist so hin, dass man es wenigstens irgendwo hinstellen kann, ohne dass es wieder auseinanderfällt, wenn man mal leicht dran gestupst. Von daher hoffe ich da immer noch drauf, dass da vielleicht mal was kommt. Und wir jedenfalls schauen uns jetzt hier den 75288 an. Auf den habe ich schon eine ganze Zeit gewartet. Sechs Minifiguren dabei und halt auch wirklich coole. Also Snowtrooper haben wir mit dabei, Piloten haben wir mit dabei. Sehr schön. Und unter anderem auch Luke, in der, ich weiß gar nicht wie viel, eine Ausführung. Schön ist an der Verpackung, ihr habt es gesehen. Es sind einfach nur hier zwei Siegel, die wir durchschneiden müssen. Und dann kommen wir schon an den Inhalt dessen, was da drin ist. Und da kommen uns dann hier schon reichlich Tüten entgegengepurzelt. Die Verpackung ist nochmal hier in einer extra Tüte verschweißt. Da kommt noch etwas hier dabei. So, damit haben wir alles raus. In der Tat, die Verpackung schauen wir uns hinterher nochmal in Ruhe aus der Nähe an. So sieht hier die Bauanleitung aus. Sie ist einteilig, also nicht mehrere Hefte. Vernünftig gebunden und überschaubar dick. Ich bin mal gespannt, wie es innen drinne so beim Bauen ist, ob wir hier mehr als ein, zwei Teile pro Bauschritt haben. Ansonsten würde ich sagen, sortieren wir jetzt mal hier die Tüten durch. Insgesamt scheint es acht Bauabschnitte zu sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir ans Bauen. Ich freue mich drauf. Eighty-Eighty-Bauen geht ja immer. Jetzt habe ich hier mal die ganzen Tüten auseinander sortiert. Acht Bauabschnitte haben wir. Neun Tüten waren es insgesamt, weil Bauabschnitt acht sind zwei Tüten. Die erste Tüte habe ich hier auf meine Tellerchen verteilt. Das war eine kleine Tüte in diesem hier. Und mit dieser Tüte kommen wir natürlich jetzt nicht allzu weit. Ihr seht schon, da ist nicht viel drin. Das sind einmal die sechs Minifiguren. Damit eine Figur mehr, als es im 2014er Set war. In der 75-054, da waren es fünf Minifiguren. Hier haben wir einen imperialen mehr dabei. Rein steinemäßig haben wir 130 mehr. Dafür ist der Preis von 119,99 damals 2014 auf jetzt 146,21. Nächstes Jahr dann nach der Mehrwertsteuer wieder normal 149,99. Ja gut, ich sage mal mit Inflation und allem ist die Preissteigerung sogar noch halbwegs vertretbar. Aber trotzdem auf alle Fälle arsche teuer, weil wir hier weit über 10 Cent pro Teil sind. Normalisiert sich dann wieder bei dem Preis, der halt hier für dieses Set jetzt aufgerufen wird. Der liegt ja mittlerweile dann so draußen auf freien Markt bei 125. Da passt es dann wieder. Mal einen Blick hinten auf die Verpackung. Ja, man kann hier hinten die Bedienmannschaft schön in den Kopf reinsetzen. Wir haben hier einen Speeder-Bike. Wir haben hier einen Web-Laster. Das sind die beiden Sachen, die wir als allererstes jetzt hier bauen. Wir haben auch ein bisschen Mechanik hier drin, damit sich hier Luke nach oben hochziehen lassen kann. Um dann hier mit seinem Lichtschwert da den Bauch aufzuschlitzen und eine Granate reinzuschmeißen. Wir kennen die Szene alle. Meiner Meinung nach eh der beste Film von den drei Alten. Das Imperium schlägt zurück. Einfach nur richtig super. Absolut mein Liebling unter meinen liebsten dreien. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier an das Bauen. Ach ja, hier die Bauanleitung mal einmal anschauen. Von vorne sieht es so aus wie die Verpackung. Von hinten haben wir wieder irgendwelche Lego-Produkt-Feedback-Geschichten am Start. Ja, dann haben wir insgesamt Bauanleitung 182 Seiten. Ja, dann haben wir hier noch so ein bisschen Werbung für die anderen Sets, die es so gibt. Das hier, den Thronsaal, den finde ich übrigens sehr cool. Hier mit dem letzten Gefecht auf dem Todesstern. Sehr keiles Teil. Also, allerdings muss ich sagen, ich finde, da müsste man sich zwei von holen, um das so ein bisschen zu Ende zu bauen. Das ist mir ein Tucken zu mickrig, das Ganze. Hier haben wir die Teileliste, wie gehabt. Bauanleitung, ja gut, Lego, kennen wir alle. Aber sehr erfreulich zu sehen, dass hier durchaus auch mal vier Bausteps auf einer Seite sind. Ist zwar auch wieder pro Baustep nur ein, zwei Teile. Oh ja, juhu, drei. Na ja, gut. Werden wir hinkriegen, ist eine durchaus lösbare Aufgabe, hoffe ich. Nicht, dass ich hier schon wieder einen von Arsch kriege. Ja, hier sehen wir, wo uns die verschiedenen Tüten hinbringen sollen. Aber ich würde mal sagen, wir starten jetzt erstmal damit, dass wir unsere Mennekes zusammenbauen und uns hier in Ruhe mal anschauen. Und dass wir dann hier die beiden kleinen Zubehörteile noch bauen. So, da haben wir hier unsere drei Minifiguren, drei von sechs. Ich habe schon mittlerweile mal geguckt, hier in der kleinen Tüte vom Bauabschnitt acht. Da ist definitiv noch was Minifiguriges drin. Da haben wir dann die Besatzung oben, also die beiden Piloten plus den Commander. Hier haben wir jetzt die beiden Snowtrooper und Luke. Also die drei, die im Schnee rumtollen dürfen. Luke hat hier noch einen Thermaldetonator in der Hand. Witzigerweise liegt noch ein zweiter bei. Ja, Thermaldetonatoren kann man ja nie genug haben. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, schmeißt man einen zweiten hinterher. Ja, dann hier unsere Snowtrooper ohne Umhänge, ohne irgendwelche Filzgeschichten hinten dran. Aber dafür schön beidseitig bedruckt mit Beindruck. Sie sehen wirklich gut ausgefallen, wie gut. Was bemerkenswert ist, sie haben jetzt voll bedruckte Masken und dafür Köpfe mit Gesichtern. Es gab auch mal Varianten, wenn ich das richtig erinnere, wo da einfach nur schwarze Köpfe drunter waren. Und was wirklich schön ist, dass da sogar verschiedene Köpfe drunter sind. Das heißt, die sind Individuen, nicht einfach nur immer das Gleiche. Finde ich eigentlich ganz schön. Gefallen mir gut. Ich weiß allerdings nicht, ob da irgendwie was von exklusiv ist oder nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir noch unten in die Kommentare. Ansonsten, ja gut, ein neuer Luke in Ewing-Klamotte. Klamotte, da gibt es glaube ich auch schon mittlerweile reichlich von. Aber gut aussehen tut er. Und wenn ich mal so schaue, der Helm, der passt eigentlich auch ganz gut. Das sollte so ungefähr, das sollte so ungefähr passen. Ja, und eigentlich ist Luke ja schon so ein bisschen hier so eine Mimi. Von daher passt das Mädel in dem Helm auch ganz gut. Da haben wir unsere beiden Zubehörteile hier aus dem ersten Bauabschnitt fertig. Einmal hier den Webblaster. Den kennt ihr alle aus der Szene, wo Han und Lea mit den Droiden, mit C-3PO, versuchen zu fliehen von Hoth. Und da bauen dann die Snowtrooper hier dieses doch recht mächtige Ding auf. Auch bei Mandalorian kommt das vor. Also das ist ein sehr leistungsstarker und sehr gefährlicher Blaster. Ja, und dann haben wir hier nochmal halt dieses Speeder-Bike. Das ist in so einer quasi Heckgarage beim 8080 hinten im Puppes. Hier drinnen. Das ist bei dem Großen, den ich hier stehen habe, auch. Dann steht er hinten drinnen und der kann dann halt raus und kann dann hinter irgendwelchen Rebellen hinterher flitzen. Sehr ganz wichtig, ne? Rebellen hinterher flitzen, das tut Not. Ja, wir haben jetzt die ersten zehn Bauschritte hinter uns. Dann haben wir schon mal das Grundgerüst hier gebaut. Natürlich viel mit Techniksteinen. Die bringen hinterher Stabilität in die ganze Konstruktion. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Also das ist die Art, wie ich am liebsten mit Technik-Sachen arbeite. Und zwar als Grundlage hinterher, um das Ganze mit normalen Steinen zu überbauen. Ich mag sowieso hier diese alten Techniksteine sehr gerne. Die werden eigentlich viel zu wenig noch eingesetzt heutzutage. Heute ist ja mehr dann mit den Kran-Armen. Was natürlich schön ist hier, dass die hier in der Tatsache Rechnung tragen, dass das Imperium ein ganz farbenfroher Verein ist. Ja, das verstecken sie zwar ein bisschen verschämt, aber wir alle wissen ja, dass die sehr lebensbejahend, freundlich und farbenfroh sind. Deswegen ist das gut, dass das da mit drin untergebracht wird. Aber im Großen und Ganzen, ja, es sind ein paar wirre Farben dabei. Ganz besonders springt mir hier das magentafarbene Ding entgegen. Aber sonst geht es eigentlich. Also das scheint wohl so zu sein, dass wir sehr viele Teile dabei haben, die man auch sieht. Es ist nicht so viel dabei, was man bunt verbauen kann, ohne dass es hinterher durchschimmern würde. Deswegen haben sie alles genutzt, was geht. Leider haben wir hier blaue Dreierpinne. Die sieht man hinterher auch noch. Und die sind meiner Meinung nach völlig über. Ich meine, ich verstehe ja, wofür die da sind. Also die sollen eine farbliche Kodierung geben und damit das Bauen erleichtern. Aber wenn die die Pinne, ich sag mal, in schwarz, dunkelgrau und hellgrau kodieren würden, das würde völlig reichen und es würde nicht so übel aussehen. Aber was weiß ich schon. Lego hat da hochbezahlte Spezialisten, die wissen ganz genau, was sie machen. So weit hat uns jetzt hier die zweite Bauabschnittstüte gebracht und man erkennt schon ganz klar, nicht auch nur eine Spur von dem, was es mal werden soll. Also, dass es durchaus stabil wird hier das Ganze, ja, das kann man schon erahnen. Aber was es sein soll, also wenn man das anders so hinstellen würde, würde ich sagen, was wird das mal. Ich würde definitiv nicht auf ein 80-80 tippen, aber es wird ein 80-80. Und zwar bringt uns die Tüte 3 da auch schon wieder ein Stück weiter näher ran. Da bauen wir dann hier auch den Passagierbereich in Anführungszeichen, wo halt dann die Mannschaft drinnen sitzt, die irgendwo hingebracht wird. Nicht halt zum Beispiel, um den Rebellenhauptstützpunkt zu stürmen oder irgendwie sowas. Das wird dann hier drinnen gemacht. Ach ja, ich hatte mich ja mokiert hier über blaue Pinne. Es ist ja alles nichts gegen das hier. Die gab es definitiv mal in schwarz auch. Oder auch in rot. Aber selbst in rot finde ich es besser als in orange. Lego weiß immer wieder einen zu überraschen. Das muss man denen zugute halten. Also was Farben angeht, da darf man sich wirklich nicht zurücklehnen und sagen, schlimmer geht es nicht. Weil die Herausforderung nehmen die dann gerne an. Ja, so langsam nimmt das Ganze schon ein bisschen mehr Form an. Man kann jetzt so langsam erahnen, was wohin soll. Das hier zum Beispiel wird der Übergang zu dem Führerhauskopf sein. Und das ist hier über so ein Gummiverbindungsstück hier quasi ein bisschen Gummi gelagert, sodass das beweglich ist, aber auch immer wieder in die Ausgangsposition zurückschnackt. Das ist eine coole Idee. Und es ist mittlerweile arg stabil geworden. Das Ganze ist hier mehrfach überbaut. Es ist hier mehrfach überbaut. Also dieser Tragerahmen hinterher hier für den Frachtraum, der wird sehr, sehr stabil werden. Also bis jetzt gefällt mir hier die Bautechnik, die wir hier anwenden, wirklich gut. Das Ding sollte hinterher halbwegs stabil werden, sodass es auch durchaus Spieltauglichkeit hat, was beim Vorgänger nur so begrenzt der Fall war. Also das war ein bisschen arg instabil, das Ding. Deswegen hat das auch den Spielansatz im Spielzimmer von meinem Sohnemann nicht allzu gut überstanden. Das gefällt mir auch gut. Wir bauen jetzt hier so Verkleidungsteile. Und die passen dann hier wirklich sehr gut und genau drauf. Und nehmen so schön dann die Form wieder auf. Das gibt es hinterher auf beiden Seiten. Und dadurch gibt es dann hier schön diese Rundungen wieder, die wir hier bei dem hier auch in dem Bereich haben. Zum Thema Farbabweichung. Ich habe ja immer gedacht, schwarz wäre jetzt die Farbe, wo es keine Farbabweichung geben kann. Da habe ich mich aber geirrt. Also hier seht ihr, dass es sogar bei schwarz Farbabweichung geben kann. Das hier ist mir so ein ganz dunkles Anthrazit. Und das hier ist tiefschwarz glänzend. Man lernt halt immer noch dazu. Der dritte Bauabschnitt ist auch fertig. Hat uns jetzt soweit gebracht. Wir haben jetzt hier unten schon so ein bisschen Dekomaterial, so ein bisschen Formengebendes gebaut. Jetzt haben wir hier den vierten Bauabschnitt. Da haben wir da zwei kleine Tüten in der großen Tüte drin. Und das soll uns soweit bringen hier, dass unsere imperiale Infiltrationsbesatzung wenigstens von oben gegen die üble Witterung geschützt ist hier. Also wir bauen ein Dach oben drauf. Wir sind jetzt bei Baustep 157. Haben jetzt hier das Dach drauf. Das Ganze sieht jetzt also mehr aus wie so ein Planwagenfahrt für imperiale Betriebsausflüge. Hier hinten haben wir jetzt die Popoklappe quasi, was hinten am Heck zum Zugklappen ist, um dann da die Garage zu öffnen und den Speeder rauszulassen. Soweit alles gut. Wir haben aber auch das erste, ich sag mal nicht so stabile hier. Und zwar dieses hier. Das ist nur auf zwei solchen Noppen drauf. Das wird im Spielbetrieb unter Garantie öfter mal abfallen. Da würde ich empfehlen, wenn ihr welche von diesen Halbpinnen überhabt, die wirklich hier flächendeckend draufzusetzen, um da halt noch ein paar mehr Haltepunkte zu generieren. So wird das auf alle Fälle im Spielbetrieb des Öfteren abfallen. Das ist das Erste, was hier ein bisschen fragil ist. Ansonsten ist der Bau bis jetzt wirklich sehr stabil. Ja, das hier wackelt ein bisschen, aber das ist okay. Das wird hier unten durch wieder abgestützt und wird hier auf zwei C-Klemms gehalten. Das sollte eigentlich passen. Damit haben wir Bauabschnitt 4 auch durch. Kommen jetzt hier zur Tüte 5. Das hier war alles zusammen in der Haupttüte. Eine kleine Nebentüte mit da drin. Ja, und das ist jetzt hauptsächlich hier Verkleidung für den Hauptkorpus. Hier bauen wir jetzt solche Seitenplanken, die dann hier über Balljoins quasi dran gehalten werden. Wir haben hier diese Kugelkopfaufnahmen. Da kommt das Ganze dann dran. Ich finde diese Lösung so semi-stabil. Sie hält zwar, aber es ist halt immer ein bisschen wackelig. Ja, dafür kann man da halt die Form einigermaßen gut mit nachbilden. Naja, stabiler als der 8080 vom Schlacht auf dem Eisplaneten ist es allemal. Jetzt haben wir hier die Seitenklappe fertig gebaut, sodass man das Ganze hier so nach oben weg öffnen kann. Von der Seite sieht man nochmal, wie die Macherart dann ist. Da ist es hier einmal aufgehängt. Gut, dass die Friktion relativ stark ist, deswegen bleibt es oben. Ja, und hier oben ist es nochmal befestigt. Man sieht es hier auch nochmal bei der Verpackung selber. Wobei es schöner gefunden hätte, wenn das hier einfach angeschlagen gewesen wäre, damit man es hochklappen kann. Aber so ist die Lösung auch okay. Lässt sich gut bespielen und wenn es geschlossen ist, sieht es gut aus. Ja, auch hier bei den Grautönen haben wir übrigens verschiedene Grautöne. Also das soll alles Light Blue-Grey sein. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man hier, dass die auch verschieden in der Färbung sind. Ist jetzt bei dem 8080 nicht so schlimm. Das Imperium hat ja in den verschiedensten Systemen sein Material zusammengeräubert, um die Sachen zu bauen. Aber das ist echt schon krass. Also Lego zeichnet sich ja selber als Premium-Marke. Und mittlerweile zieht sich das wirklich durch sämtliche Farben, dass die Farbabweichungen da sind. Also das ist ja jetzt nicht nur irgendwie ein Farbton. Und ich habe in letzter Zeit eigentlich auch kein Set gehabt, wo es nicht so gewesen wäre. Also ich weiß, die anderen Firmen machen das auch. Aber Lego nimmt für Sicherheit selbst in Anspruch, dass sie ja besser sind als die anderen. Dann müssen sie auch daran arbeiten, dass sie besser sind. So, damit haben wir dann hier auch den fünften Bauabschnitt fertig. Wir haben damit auch das Bergfest längst überschritten. Und haben hier den Korpus. Das werde ich auch gerne hier schön dann das Ganze aufklappen. Kommt hier zu den Mannschaftsbereichen. Hier im hinteren Bereich kann man das dann aufklappen, um ja den Snowspeeder dann oder den Speeder-Bike dann drin zu bringen. Nicht den Snowspeeder, Quatsch. Und jetzt werden wir die Beine bauen hier im sechsten Bauabschnitt. Dafür haben wir hier, das war in der großen Tüte so drin. Und dann haben wir hier und hier noch eine kleine Tüte. Ja und dann hier diese Steine. Die werden unten in den Füßen verbaut und zeigen uns, dass dieses Set eigentlich in seinem allertiefsten Herzen eigentlich ein Friends-Set ist. Also mehr was für Mädchen eigentlich. Also das bringt so ein bisschen so die weibliche Note in das Ganze rein hier. So, da haben wir hier die vier Schuhe oder Füßchen von unserem 8080 fertig. Und damit keiner sieht, dass er tief innen drinne auf sensiblen Schuhen steht oder Füßen steht, überbauen wir das Ganze jetzt hier, damit man das farbige Elend nicht mehr sieht. So. Und schon ist es wieder eine imperiale Tötungsmaschine, mit der man ganz hervorragend Rebellen-Snowspeeder in den Boden stampfen kann. Ja, an dieser Stelle verstehe ich Lego jetzt mal gar nicht. Also, dass wir hier diese Pinne hier immer in blau haben, wissen und bedauern wir ja alle. Jetzt haben sie aber hier teilweise diese dabei und teilweise diese hier. Und das ist jetzt nicht, dass die einen mit Friktion oder die anderen ohne werden. Nee, nee, das sind eigentlich die gleichen, nur die sind an unsichtbaren Stellen verbaut und die an sichtbaren. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Warum sie da nicht gleich einfach alle hier in dem Light Blue Square dabei gelegt haben, kann mir jetzt wirklich keiner glaubhaft erklären. Also, das ist doch mehr Aufwand. Ich muss einen extra Artikel mit Listen dabei. Also, das verstehe ich wirklich nicht. So, dann haben wir hier das Grundgerüst für die vier Beine fertig und die werden wir jetzt an den Korpus montieren. Und dann hinterher nochmal mit einem Splint sichern. Das kommt auf der nächsten Seite. Und dann haben wir hier den Bauabschnitt 6 auch wieder hinter uns gebracht. Und dann geht es hier mit Tüte 7 weiter. Bauabschnitt 6 haben wir auch fertig. Wir haben die Beine dran montiert und er steht jetzt schon mal hier auf seinen eigenen Füßen. Unser AT-AT. Allerdings sieht man hier jetzt ganz klar, warum auch für imperiale Kampfläufer gilt Never Skip Black Day. Weil er hat auch jetzt hier sehr spirrige Beine. Das sieht auch ein bisschen aus wie hier Chicken Walking. Also, das ist eher nicht so schön. Das werden wir jetzt hier mit Tüte 7 ihm ein bisschen Fleisch und Muskeln an seine Beine trainieren. So, hier bei den Beinen, da bauen wir so eine Art, tja, Hosen, also so eine Beinverkleidung. Und zwar ist das immer hier mit Technikbricks, die dann hier diese Pin-Aufnahmen, die hier und hier auch jeweils noch Pinne haben, das Ganze verbinden. Und die werden dann hier auf die Pinne, die wir hier vorher in die Beine reingebaut haben, einfach drauf gesteckt. Und damit kriegt das ganze Ding ein bisschen Fleisch. So, da haben wir ihm seine Muskeln auf seine Beine draufgepackt. Sieht wirklich gut aus. Ist auch stabil durch diese Steckverbindung. Also, das haben sie gut gelöst. Das Einzige, was jetzt hier schon definitiv und negativ auffällt, ist die blauen Pinne. Das sieht echt scheppig aus. Und das bleibt auch so. Das sieht man hinterher durchgängig. Das braune kann ja noch mit Leben. Die sind ja immer ein bisschen siffig und rostig, die Dinger. Aber das Blau, das geht gar nicht. Da muss ich irgendwann, wenn ich mal wieder Dreierpinne in Schwarz da habe, das Ganze austauschen. Damit das nicht mehr so scheppig aussieht. Wir haben jetzt hier die Tüte 8, beziehungsweise die zwei Tüten 8. Das ist die Haupttüte. Das waren zwei kleine Tüten, die in der Haupttüte waren. Plus die eine Zusatztüte, die noch dabei war. Und damit bauen wir jetzt vorne hier die Führerkanzel plus unsere drei imperialen Soldaten, die da drinnen sitzen. Hier die beiden Piloten plus den Kommander. Ja. Und dann sind wir auch schon fertig. Also, das ist jetzt hier die Zielgerade. Und dann haben wir eine gebaut hier. Unseren 8080. Unseren 75288. Und bis jetzt hat es wirklich eine Menge Spaß gemacht. Aber es geht recht schnell. Also für 1200 und tralala Teile. Also ich sag mal, Rogue One biegt hier auch gerade auf die Zielgerade ein. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen später fertig sein als der Film. Heißt aber auch, dass ich im Endeffekt drei Stunden baue, ist das Ding fertig. Dafür dann 125 Euro. Da muss man schon Star Wars Fan sein. Oder zu viel Geld haben. Oder eine Mischung aus beiden. Ja, hier haben wir unsere Besatzung. Ich wollte sie euch einmal gerade noch ohne Helme zeigen. Wobei die beiden zwar unterschiedliche Gesichter haben, aber nur auf einer Seite des Kopfes bedruckt. Das sind die Piloten hier. Und dann haben wir hier den Kommandierenden, der zwei Gesichter einmal verkniffen konnte. Gucken, einmal siegesgewiss lächelnd. Ja, und der kriegt dann hier seinen Spezialhelm auf hier. Wie wir ihn alle kennen und lieben. Das Production Design von Star Wars ist einfach nur geil. Es ist mir ja fast ein bisschen peinlich, dass mir das jetzt erst auffällt. Aber man könnte über dieses Set eigentlich sagen, es ist Pad Printed No Stickers. Also das fällt mir gerade erst auf, dass hier gar kein Aufkleberbogen bei ist. Alles, was wir hier an Instrumente und sowas haben, ist alles mit Drucken. Keine Sticker, keine Aufkleber, kein nichts. Das finde ich mal richtig klasse. So, hier bei Bauschritt 272 haben wir jetzt hier die Bedieneinheiten oder Bedienarbeitsplätze für die... Ja, hier bei Bauschritt 272 haben wir jetzt hier die Arbeitsplätze für die Bedienmannschaft fertig. Hier witzt... Witzt... Ja, hier bei Bauschritt 272 haben wir jetzt hier die Arbeitsplätze für die Bedienmannschaft gebaut. Und ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler gemacht, den muss ich gleich noch nicht mal ändern. Hier sitzt der Commander und hier die beiden Piloten jeweils. Ja, mit bedruckten Zwo-Drittel-Slopes. Sieht sehr gut aus. Ja, hier mit Zieleinrichtung, damit man dann da die Schildgeneratoren der Rebellen mit zerschießen kann. Ganz wichtige Geschichte das. So, jetzt mal eben hier meinen Fehler wieder ausbügeln. Jetzt bauen wir hier die Seitenverkleidung, hier für den Kopf vom AT-AT. Und hier zum Stabilisieren der Hinches haben wir immer hier so Inverted Slopes, aber halt in diesem, ja, merkwürdigen Baby-Flitzkack-Braun. Warum das so ist, warum sie die nicht einfach in Dunkelgrau oder Grau gemacht haben, ich kann es euch nicht sagen, vielleicht rostet der schon von innen, was sie damit andeuten wollten. Ich komme da nicht hinter. Ja, aber die Form wird damit eigentlich ganz gut wiedergegeben hier. Also die Kopfform, die ist ja, hier ist der Kuckschlitz angedeutet. Ja, und schön die schwere Panzerung. AT-AT heißt ja, soweit ich das jetzt weiß, Armored Transporter, oder All-Terran Armored Transporter. Und das Ding ist ja wirklich heftig gepanzert. Das sehen wir ja in Episode 5 auch, dass die es halt nicht schaffen, mit ihren Laserkanonen an den Snowspeedern da durchzukommen. Ja, und das ist hier eigentlich echt schön getroffen. Und das ist auch stabil hier. Also diese Hinches, die halten gut. So, wir haben den Kopf jetzt festgemacht. Den haben wir hier einfach draufgesteckt auf eine Kreuzachse und hier oben mit dem Pin gesichert. Und jetzt ist der hier so ein bisschen freischwingt, quasi wie so ein Wackeldackel. Aber das passt ja eigentlich ganz gut, weil das ist ja so diese typische Bewegung, die er die ganze Zeit macht hier, wenn er dann nach Zielen sucht, die er beschießen kann. Schade ist, dass der Kopf hier nicht nach oben und unten noch schwenkbar ist. Das wäre natürlich noch besser, wenn er den nach hier und dann so runter machen könnte. Aber so finde ich es eigentlich auch schon ganz gut. So, dann haben wir den Kopf auch fertig. Hier nochmal die Hauptwaffen an den Seiten angebracht. Die stehen mir ein bisschen weit ab. Die hätte man ein bisschen mehr ran können. Aber im Großen und Ganzen ganz gut getroffen. Ich mag, dass der Kopf hier so schön wobbly ist. Übrigens hier den Bereich, der wie so ein Durchgangsschlauch ist, den haben sie hier mit Techniklenkrädern gemacht. Das finde ich eine coole Idee. Hier bei dem von Mattel oder Keller. Ich weiß es gar nicht genau. Da ist es halt aus Schlauchmaterial, also Gummischlauch. Das haben sie hier gut mit angedeutet. Gefällt mir ganz gut. Was allerdings echt schräg ist, ist hier die Bilder, wo sie zeigen, wo man hier diese ollen Schießer hier reinmachen kann. Dass man da hier von der Seite reingucken kann und es leuchtet gelb. Und das ist hier nochmal schlimmer. Dass denen da nicht aufgefallen ist, dass es an der Stelle sinnvoller gewesen wäre, vielleicht keine gelben Teile zu verbauen. Ich meine, zum Glück ist es recht dunkel da drin, sodass man es hier in der Toura nicht sieht. Aber es blindst halt durch. Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum sie da nicht einfach dann das Ganze in Grau genommen haben, entzieht sich völlig meinem Verständnis. Was jetzt noch über ist, ist das hier. Hier die Blaster, die gehen jeweils an einen von den Piloten. Hier das Fernglas an den Commander. Und damit haben wir hier die Sachen, die über sind. Gefehlt hat nichts. War auch alles heile. Keine Gussfehler, kein nichts. Ich hätte es doch ganz schön gefunden, wenn sie die Innenseiten auch noch verkleidet hätten. Das hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Optik gegeben. Dann wäre es noch ein bisschen kräftiger rübergekommen. Er ist wieder nicht der Stabilste, aber das liegt leider wohl, würde ich mal sagen, einfach in der Natur dieses Fahrzeugs oder Laufzeugs. Oder wie auch immer man das nennen mag. Aber prinzipiell, finde ich, ist er wirklich gelungen. Schön groß ist er. Verhältnismäßig. Aber ich hätte den gerne in UCS. Aber ich setze jetzt mal die Bedienmannschaft noch rein und dann kommen wir zum Ende hier. Oh, Junge, Junge, die da rein zu friemeln, die Jungs, das ist auch eine Arbeit für einen, der Mutter und Vater erschlagen hat. Also da muss man wirklich ein bisschen rumtüfteln und die Köppe hin und her schieben und die Arme und alles. Also da sieht man halt, dass der Maßstab nicht passt. Das ist halt jetzt die Bedienmannschaft, wie sie eigentlich da reingehört. Aber das Ding müsste doppelt so groß sein, damit das alles passt. Also der Commander hier, der kann zum Beispiel definitiv nicht sein Fernglas in der Hand halten. Oder ich habe es jedenfalls nicht hingekriegt. Das ist zwar hier angedeutet, aber es passt nicht. Die würde die ganze Zeit ihn hier wieder aus der Halterung rausdrücken. Das geht gar nicht. Und der müsste eigentlich theoretisch auch stehen. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe im Film, steht der, um das Ganze zu beobachten. Das funktioniert hier leider nicht so. Aber ansonsten passen sie wenigstens alle rein. Ja, hier haben wir ein paar Lücken, Bauart bedingt, heißt es dann wohl. Aber im Großen und Ganzen gefällt er mir echt recht gut. Das muss ich mal einfach so sagen. Ja, dann haben wir hier unten, jetzt kommen wir mal ein bisschen auf hier. Ja, das hatte ich euch ja schon gezeigt, was überall ist. Ach ja, das können wir jetzt noch hinten reinpacken. Das wird wahrscheinlich hier auch noch, nee, wird nicht gezeugt. Aber das müsste gehen. Drehen wir ihn mal um. Machen ihn mit Puppets auf. Wupp, zack. Und schieben den dann hier rein. So ist er. Läuft, passt. Ja, klasse Sache. Dann haben wir hier noch das Blasterweb und unsere Minifiguren. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen Riesenspaß. Ich muss mal noch ein Stück zurückrücken. Das Ding ist recht groß. Das kriege ich sonst gar nicht drauf. Ich hatte eine Menge Spaß beim Bauen. Es ging aber schnell. Also zweieinhalb Stunden würde ich jetzt mal sagen, wenn ich hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Erzähl- und Filmpausen gemacht hätte. Wirklich problemloses Bauen. Also da ist jetzt nichts, was irgendwie unverständlich ist in der Bauanleitung. Die ist wirklich deppen- und narrensicher. Ein paar Farbspielreihen haben wir hier drin. Also die Füßen. Das ist Magenta. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerinnere. Ich habe ja mittlerweile die Vermutung, dass bei denen innerhalb der Firma so eine Art Wette läuft, wo die sich gegenseitig da aufstacheln. Denn wer es schafft, die beklopptesten Farben unterzubringen. Aber ich weiß es wirklich nicht. Weil das kann mir keiner erzählen, dass das nur dafür ist, dass man es leichter bauen kann. Weil da kann man auch mit Farben arbeiten, die nicht so extrem... Vor allem diese Technikaufnahmen in den Steinen, in der Farbe. Gibt es das irgendwo in der Friends-Welt? Ich weiß nicht, kennt das einer von euren Töchtern vielleicht irgendwo, dass das im Set drin war? Sonst müsste das hier extra für gemacht worden sein. Ist ja völlig über. Naja, wurscht. Reden wir gar nicht weiter darüber. Ansonsten finde ich ihn wirklich gelungen. Aber mein Herz schreit nach dem UCS 8080. Das ist definitiv so. Ja, also ich bin jetzt hier so weit durch, würde ich mal sagen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, was haltet ihr von dem Set? Ist das eins, wo ihr auch schwach geworden seid? Gelüstet ist es euch auch nach einem UCS 8080? Was wärt ihr bereit dafür auszugeben? Wie viele Teile sollte sowas haben? Oder sagt ihr, nee, ist völliger Quatsch. Es gibt die mittlerweile reichlich. Oder ich habe meinen Lieblings 8080 schon gefunden. 2007 gab es ja einen, auch mit 1137 Teilen. Auch da haben sie das TRX verfehlt. Der war motorisiert. Und der konnte dann hier so über den Tisch starksen. Oder sagt ihr, nee, also auch ich brauche unbedingt hier, um meinen Lebensfrieden zu finden, noch einen UCS 8080. Eure Meinungen dazu unten in die Kommentare. Ja, und ich verabschiede mich dann hier an dieser Stelle hier mit diesem netten Vergleichspil. Also in der Größe, das wäre so cool. Ja, aber okay. Genug geträumt. Ich hatte hier meinen Bauspaß. Ja, ihr müsst für euch entscheiden, 125 oder eigentlich 150 Liste, ob euch das Ding das wert ist. Mir war es das wert. Wie schon gesagt, ich bin der Opfer. und nicht mehr mündiger Verbraucher, was solche Sachen angeht. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Habt eine Menge Spaß und eine Menge Freude mit dem, was ihr selber baut. Und auch überhaupt eine schöne Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald auf dem Channel wiedersehen. Mit ihren neuen Videos, die noch in nächster Zeit kommen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Musik 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 Test, 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 okay. Ihr erratet nie, welches Fahrzeug wir heute bauen und wahrscheinlich auch nicht von welcher Firma das ist. Also ich glaube ja, ihr erratet nie, welches Fahrzeug wir heute hier in diesem Video bauen werden. Oh, hallo, ihr erratet nie, welches Fahrzeug wir heute bauen werden. Oh, braver AT-AT. Oh, hallo, ihr werdet nie erraten, welches Fahrzeug aus dem Star Wars Universum wir heute bauen werden. Heute wieder aus dem Klemmbaustein Wohnzimmer. Heute bauen wir, ähm, ich habe keine Ahnung, Schiffzettel. So. 75288. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020